Hallo und schönen guten Tag, ich bin Stefan Berns und ich möchte dich heute zu einem ganz, ganz besonderen Seminar einladen. Es geht um das Seminar Universal Wisdom Reading und Universal Healing und Transformation. Und in diesen beiden Seminaren geht es darum, mit Informationen zu arbeiten, die du vielleicht bisher so noch nicht zur Verfügung hattest. Es geht darum, die sogenannte Akasha-Chronik sich nutzbar zu machen, Informationen aus der Akasha-Chronik auszulesen über morphogenetische Felder. Die Wissenschaft spricht dort von morphogenetischen Feldern. Alles ist Information und diese Informationen, die können wir letztendlich auslesen. Diese Informationen können wir für uns nutzbar machen. Und ganz praktisch kann das zum Beispiel sein, dass du Informationen über Geschäftspartner, über Kunden, über Kooperationspartner erhältst, die du so im allgemeinen, normalen Gespräch nicht erhalten würdest. Oder dass du zum Beispiel Informationen über deinen Lebenspartner, über Personen jeglicher Art bekommst. Wir sprechen dann aber auch davon, dass du dieses Wissen nutzen kannst, um zum Beispiel Krankheitsursachen herauszufinden, die auf feinstofflicher, energetischer Ebene vorhanden sind. Und ja, wir werden in diesem Seminar sehr, sehr viel Praxis machen. Das heißt, die Theorie ist aufs Minimum zusammen komprimiert. Und wir gehen sehr schnell sofort auch in die Praxis rein, dass du selbst diese Energiefelder für dich auslesen kannst und dann auch interpretieren kannst, übertragen kannst. Und das wird der erste Teil dieser beiden Seminare sein. Der zweite Teil beschäftigt sich dann damit, dieses Wissen zu nutzen, also nicht nur die Felder anzufordern, auszulesen und dann dieses Wissen zu nutzen, sondern dann auch in den Heilungs- und Transformationsprozess einzutreten. Dort gehen wir sehr, sehr viel tiefer in den Bereich vom energetischen Heilen mit rein. Wir arbeiten mit den Energien. Und ich werde dir zeigen, wie zum Beispiel Blockaden gelöst werden können, wie auch karmische Verstrickungen geheilt und gelöst werden können und viele andere Dinge mehr. Ich kann ja nur eines versprechen, es wird auf jeden Fall ein Seminarwochenende, was sehr, sehr besonders sein wird. Und lade dich ein, wenn es dich anspricht, mit einem offenen Geist, mit einem offenen Herzen hierher zu kommen. Das Seminar wird im Januar stattfinden, hier in dem wunderschönen Seminarhaus in Saßbachwalden, im schönen Schwarzwald. Und du findest alle genauen Details unter diesem Video. Und eins ist noch wichtig zu wissen, der zweite Teil des Seminars ist nicht möglich, ohne vorher den ersten Teil besucht zu haben. Du kannst also durchaus nur den ersten Teil besuchen oder beide Teile, das sind dann die vier Tage. Und da wirst du den meisten Nutzen und den besten Mehrwert durch erfahren, wenn du alle zwei Teile hintereinander besuchst. Ja, ich wünsche mir viele begeisterte, interessierte Menschen, die dieses Wissen, diese Techniken und diese Möglichkeiten für sich entdecken. Und freue mich, wenn du mit dabei bist und sag bis dahin alles Liebe, alles Gute. Dein Stefan Berns und bis bald hier in Saßbachwalden.